Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Eva Brotmann. Hallo Eva, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, ja ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal mit dir gelesen oder dir was vorgelesen. Und ja, damals habe ich ja mein Buch Byrons Flug vorgelesen und jetzt bin ich wieder da. Und das freut mich, weil heute bist du ja zu Gast in einer Weihnachtsfolge von uns. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie heißt denn deine Weihnachtsgeschichte, die du uns heute mitgebracht hast? Die Geschichte heißt Das Weihnachtswunderhaus. Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ja, gerne. Ich fange an. Simon stapfte durch den Schnee und fluchte leise vor sich hin. Ihm war kalt, es war dunkel und er hatte den letzten Bus verpasst. Jetzt musste er die halbe Stunde bis nach Hause laufen. Und das am Weihnachtsabend. Zum Glück hat er es aufgehört zu schneien. So konnte er gut den Fahrbahnrand erkennen und die Gefahr, dass er in den Graben purzelte, war doch etwas geringer. Er war auch froh über die Taschenlampe, die er immer im Rucksack bei sich hatte. Jetzt konnte er sie gut gebrauchen. Missmutig stopfte er seine Faust tiefer in die Tasche seines Mantels. Er wechselte alle paar Minuten die Hand. Trotz der Handschuhe wurden seine Finger schnell kalt. Und seine Füße erst. Seine Schuhe waren zwar wasserfest, aber nicht wirklich für eine Schneewanderung ausgelegt. Naja, noch über die Brücke, den Berg hoch und dann war er zu Hause. Ein Lächeln stei sich auf sein Gesicht. Zu Hause. Bei Helene und Tom, seiner Familie. Wärme durchdrang ihn und er konnte wieder ein bisschen flotter gehen. Aber trotzdem war es kalt, dunkel und einsam hier draußen. Im Sommer war es herrlich hier. Ruhe, Natur und eine wunderschöne Gegend. Jeder hatte gesagt, dass sie ja wohnten, wo andere Urlaub machten. Im Winter war es immer noch ruhig und wunderschön. Wenn man nicht gerade den Bus verpasste und bei Schnee nach Hause laufen musste. Da hörte er auf einmal ein Motorgeräusch hinter sich, das die Stille durchstend. Er drehte sich um und leuchtete in die Richtung, damit der Fahrer ihn nicht aus Versehen über den Haufen fuhr. Ein Wagen näherte sich ihm langsam durch den Schnee, der fast unberührt auf der Straße lag. Nur die Busspur war auf seinem Weg zu erkennen. Da stoppte der Wagen schon neben ihm und die Scheibe auf der Beifahrerseite wurde hinuntergelassen. Soll ich sie ein Stück mitnehmen? fragte eine Frauenstimme und Simon konnte im Wageninneren eine junge Frau mit langen, blonden Haaren erkennen. Gerne, ich muss nur noch den Berg hoch und dann wohne ich schon links auf dem Hof und über die Brücke. Die Frau lächelte ihn an. Steigen Sie ein. Simon nahm dankbar seinen Rucksack von den Schultern, öffnete Flux die Tür und ließ sich auf den Sitz fallen. Dabei sagte er mit einem Grinsen, ja, und über die Brücke. Sie legte den Gang ein und meinte verschmitzt, na dann. Danke, dass Sie mich mitnehmen. Ich habe den letzten Bus verpasst. Simon verstaute die Taschenlampe in seinem Rucksack und quetschte ihn in den Fußraum zwischen seinen Beinen. Kein Problem. Sie lächelte zu ihm hinüber. Sie wohnen in dem Haus oben am Berg? Ja, bestätigte er und zog die Handschuhe aus. Wir sind im Sommer da eingezogen. Das ist unser erster Winter hier. Vorher haben wir im Flachland gewohnt. Da gibt es nicht so viel Schnee wie hier. Er schaute zu ihr hinüber und sah, wie sie schmunzelte. Ja, Schnee gibt es hier schon reichlich. Wohnen Sie auch in der Nähe? Simon wusste, dass oben am Berg über ihrem Haus noch ein Hof lag. Aber der war nicht bewohnt, glaubte er zu wissen. Er war selbst noch nie da gewesen. Und sonst führte die Straße nur noch weiter in den Wald und von dort ins Nachbardorf. Aber in den Weg nahm nur der Bus. Alle fuhren über den kleinen Pass, der nicht so hoch war. Ja, sagte sie schnell. Ich habe den Hof oben auf dem Berg gekauft und wir renovieren gerade. Also, was jetzt bei den Temperaturen geht. Simon nickte und sah durch die Windschutzscheibe die Brücke im Scheinwerferlicht auftauchen. Schon waren sie über sie hinweggefahren. Die Frau fuhr vorsichtig und umsichtig. Was hat sie in diese einsame Gegend verschlagen? Fragte die junge Frau sanft. Meiner Frau ging es lange nicht gut und ja, wir brauchten einen Tapetenwechsel. Einen Neuanfang. Deshalb sind wir hier hochgezogen. Mhm. War sie krank? Und ist sie jetzt wieder gesund? Ihre Stimme war sanft und mitfühlend. Plötzlich sprudelte es aus ihm heraus. Er wusste nachher selber nicht genau, warum er gerade dieser fremden Frau das alles erzählte. Er konnte irgendwie nichts dagegen tun. Krank nicht direkt oder doch eigentlich schon. Wir haben vor zwei Jahren unser Baby verloren. Die Kleine war so krank, schon im Mutterleib, dass die Ärzte sie frühzeitig geholt haben. Und sie war nicht lebensfähig. Simon war immer leiser geworden und starrte in die Nacht. Sah aber aus den Augenwinkeln, wie die Frau sanft nickte. Meine Frau war so traurig und mitgenommen, dass ich schon gedacht habe, ich verliere sie auch noch. Der alte Schmerz regte sich in seiner Brust. Die Trauer um den Tod von der Kleinen, die Angst um Helene und die Hilflosigkeit in ihm. Das tut mir sehr leid, flüsterte die Frau. Er lächelte leicht und nickte nur. Aber jetzt ist alles gut, sagte er. Und tiefe Dankbarkeit löste den Schmerz wie immer ab. Meine Frau wurde wieder schwanger. Die Erkrankung der Kleinen war ein böser Zufall, aber nichts Vererbbares. Und vor drei Monaten ist unser kleiner Tom total gesund geboren worden. Das ist unser erstes Weihnachten zu dritt. Die junge Frau lächelte zu ihm rüber. Das freut mich für sie. Nach so einem Schicksalsschlag ist es doch noch mehr ein Wunder, ein gesundes Kind zu haben. Ich freue mich, dass sie mir ihre Geschichte erzählt haben. Das erste Weihnachten mit einem Baby ist immer etwas ganz Besonderes und Schönes. Sie hörte sich an, als ob sie aus Erfahrung sprach. Dabei sah sie aus wie Anfang 20. Haben sie auch Kinder? Sie sehen so jung aus. Ups, war jetzt zu forsch gewesen. Aber sie lächelte nur und sagte leise, ich bin älter, als man denkt. Er wollte jetzt nicht unhöflich sein und verkniff sich die Frage, wie alt sie wirklich war. Sie waren den Berg hochgefahren und bogen gerade in die Hofeinfahrt ein. Sein Zuhause war schon festlich beleuchtet. Simon hatte letzte Woche schon die Weihnachtsbeleuchtung außen am Haus angebracht. Es funkelte und leuchtete wunderschön in dem Schneepanorama. Sehr schön sieht das aus, ein richtiges Weihnachts-Wunderhaus, meinte die Frau und lächelte verschmitzt. Er grinste zurück und war auf einmal nur froh, dass sie ihn sicher nach Hause gebracht hatte. Sie hielt an der Tür. Entstation, alle aussteigen, sagte sie fröhlich. Simon nahm seinen Rucksack, drehte sich zu ihr um und lächelte sie breit an. Vielen, vielen Dank. Sie sind echt ein Engel. Er machte die Tür auf und stieg aus. Leise, hörte er sie sagen. Ich weiß. Als er sich zur Haustür umdrehte, wurde sie schon geöffnet. Da bist du ja, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Helene zog ihn ins Haus und ein aufkommener Wind knallte die Haustür zu. Sofort war er umfangen von Liebe, Wärme und Behaglichkeit. Es roch herrlich nach Tanne, die er schon gestern Abend ins Wohnzimmer gestellt hatte. Leckeres Essen und Honigkerzen. Simon nahm seine Helene fest in den Arm und gab ihr einen langen Kuss. Ich bin jetzt da. Wie geht es Tom? Helene lächelte ihn erleichtert an und sagte, er liegt in der Wiege, lächelt und strampelt fröhlich. Er ist total entspannt. Wunderbar. Simon zog Schuhe und Mantel aus und ging in die Küche. Tom lag in der Wiege und reckte die Ärmchen nach ihm hoch, als er sich über diese beugte. Er nahm ihn hoch und atmete den wunderbaren Babygeruch ein nach Wärme und Mutterliebe. Hallo, mein Kleiner, wir feiern heute Weihnachten. Tom gluckste. Gemeinsam gehen sie rüber ins Wohnzimmer zu dem Tannenbaum, der schon halb geschmückt war. Na, deine Mutter hat ja total viel geschafft. Dann hattest du heute keine Bauchweh mehr gehabt. Helene hatte es gehört und lachte. Nein, zum Glück nicht mehr. Drei Tage Kind rumtragen reicht auch. Es geht ihm blendend und ich konnte richtig viel schaffen. Da klingelte das Telefon. Simon ging ran und hörte erstaunt, wie seine Schwester, Simon, Gott sei Dank, in den Hörer brüllte. So laut, dass Helene aus der Küche kam und ängstlich guckte. Simon stellte auf laut und fragte dann, was ist denn los? Ich bin so froh, dass du zu Hause bist. Habt ihr das nicht gehört? Ein Schneerutsch hat die Brücke weggerissen. Von einer Viertelstunde erst. Kai wurde benachrichtigt, weil er beim THW ist. Aber der Bus war schon durch, Gott sei Dank. Du fährst auch immer mit dem Bus, oder? Simon lief es eiskalt den Rücken hinunter. Vor einer Viertelstunde? Ja, genau. Er atmete tief ein und sehr langsam wieder aus. Dann meinte er zu seiner Schwester, uns geht es allen gut, lieb, dass du dich gemeldet hast. Er wimmelte sie ab und drehte sich erleichtert zu Helene um. Simon nahm sie ganz fest in den Arm, soweit es mit Tom ging und drückte sie sprachlos an sich. Was ist denn los? Er schluckte und atmete noch einmal tief durch, bis er seiner Helene antworten konnte. Hätte die Frau mich nicht in ihrem Auto mitgenommen, wäre ich vor einer Viertelstunde auf der Brücke gewesen. Seine Stimme zitterte leicht und bei diesen Gedanken wurde ihm ganz anders. Helenes Augen wurden groß. Welche Frau? Ich dachte, du hast den Bus genommen. Nee, den habe ich verpasst. Ich bin zu Fuß gegangen, bis die junge Frau, die oben den Hof gekauft hat, mich mitgenommen hat. Helene schaute ihn befremdlich an. Welche Frau? Welcher Hof? Na, der oben auf dem Berg. Sie sagte mir, dass sie die Strecke fährt, weil sie da oben renovieren. Seine Frau zog beide Augenbrauen hoch. Simon? Da wohnt keiner, flüsterte sie. Ich war gestern mit meiner Freundin im Wald spazieren. Wir sind da vorbeigekommen. Das Haus ist nur noch eine Ruine. Er blickte entgeistert auf sie herunter. Aber sie hat mich doch mitgenommen. Tom, wir sind vor dem Schneeabrutsch über die Brücke gekommen. Sie hat mich doch gerade hier auf dem Hof abgesetzt. Ich habe kein Auto gehört. Ich dachte, du bist mit dem Bus gekommen. Da war kein Auto auf dem Hof. Ich war doch mit Tom in der Küche. Doch, sie hat mich doch hier rausgelassen. Ich spinne doch nicht. Komm mit. Er nahm ihre Hand und zog sie zur Haustür. Als er die Tür öffnete, ging draußen der Bewegungsmelder an. Komisch. Als ich vorhin nach Hause gekommen bin, ist er ausgeblieben. Dachte Simon noch und dann starrten beide auf die unberührte Schneedecke im Hof. Der Schnee glänzte im Halbdunkel und leichter Wind ließ funkelnde Kristalle im Licht der Lampe glitzern. Sanft zog Simon seine Helene in seinen Arm und drückte Tom noch ein Stückchen näher an seine Schulter. Das Baby gluckste vergnügt. Helene legte den Arm um ihn und schaute zu ihm auf. Das Licht der Laterne spiegelte sich in ihren wunderschönen Augen. Leise fragte sie, glaubst du an Engel? Unendliche Dankbarkeit durchströmte seinen Körper und demütig neigt er den Kopf. Jetzt ja. Jetzt habe ich Gänsehaut. Echt? Ja, das war jetzt so mit den Engeln. Das war so, huuuh. Ja, also da hat jemand richtig Glück gehabt. Mhm. Mhm. Genau. Schön. Wann hast du denn die Geschichte geschrieben? Also geschrieben habe ich eigentlich, ja, nach meiner Podcast-Folge, als wir darüber gesprochen haben, dass ich ja bei der Weihnachtsgeschichte mitmachen könnte. Und die Geschichte habe ich ja schon etwas länger im Kopf. Ich habe sie jetzt nur für diese Folge jetzt auf Weihnachten umgeschrieben. Sehr schön. Wie lange hast du die schon im Kopf? Also ist das jetzt, also nur ein halbes Jahr oder reden wir von einem längeren Zeitpunkt? Oh, die ist alt, die ist uralt. Und 15 Jahre bestimmt habe ich, ja, locker. Ich habe mir die irgendwann mal ausgedacht, weil mein Gehirn sich ja manchmal Geschichten ausdenkt. Und die hatte ich so ganz grob im Kopf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Mann am Anfang, also ob Simon überhaupt ein Mann oder eine Frau war am Anfang. Auf jeden Fall zur Weihnachtsgeschichte habe ich mir jetzt gedacht, doch, das ist ein Mann. Und der halt nach Hause kommt, der den Bus verpasst und mit Schnee, also im Original war gar kein Schnee, ich weiß auch nicht. Das war eine ganz, ganz lockere Geschichte nur irgendwie in meinem Kopf. Und die habe ich jetzt sozusagen nach unserer Podcast-Folge dann an dem gleichen Tag später habe ich die dann aufgeschrieben. Ganz kurz, was weiß ich mal. Oh, schön. Das freut mich total zu hören, dass du die extra umgeschrieben hast. Ja, jetzt ist es übrigens immer aufgeschrieben. Vorher war die ja nur im Kopf. Ja, aber die ist wirklich schön. Also am Anfang dachte ich so, wann geht es denn jetzt Richtung Weihnachten? Ich höre Schnee. Aber ja, dann das mit den Engeln, das war dann, also mit dem Engel war schon sehr schön. Vielen Dank. Hm, bitteschön. Lass uns mal ein bisschen über Weihnachten sprechen. Wie ist denn bei dir die Vorweihnachtszeit? Was machst du da alles? Oder hast du vielleicht Rituale? Ja, also ich liebe Weihnachten. Ich bin total der Weihnachtsfreak. Also es ist nicht so ganz so schlimm wie vielleicht bei anderen Familien. Aber Weihnachten ist für mich immer so eine besondere Zeit. Also wir sind jetzt nicht religiös. Wir gehen jetzt nicht in die Kirche oder so. Aber das ist immer so eine schöne, ruhige Zeit mit Plätzchen backen und vielleicht auch mal einen entspannten Weihnachtsmarkt. So ein kleiner, niedlicher Weihnachtsmarkt, der muss auf jeden Fall mit. Und ja, Plätzchen backen und vorm Ofen sitzen mit Tee. Das ist so für mich Weihnachtszeit. Und Weihnachtsgeschichten lesen, das machen wir auch jedes Jahr. Ja, also mein Sohn ist ja, okay, vielleicht möchte er dieses Jahr nicht mehr vorgelesen haben. Aber als er noch kleiner war, da haben wir ganz viele Weihnachtsgeschichten auch gelesen. Und gibt es so bestimmte Plätzchen, die du gerne backst? Also hast du da so ein Lieblingsrezept? Oder sagst du, ach ist egal, Hauptsache ich kann die ausstechen? Ja, ich habe so ein ganz altes Weihnachtsbackbuch oder ein ganz altes Backbuch und da sind auch Weihnachtsplätzchen drin. Und da mache ich eigentlich immer Honigkuchenplätzchen, weil ich die so lecker finde mit Schoko drum. Das ist so mein Lieblingsrezept. Und ja, für den Sohn halt irgendwas, was man lustig ausstechen kann und mit Glitzer und mit Farben bemalen kann. So einfache Plätzchen und ja, das ist so, das ist so, also nichts Kompliziertes. Einfach was Leckeres. Das hört sich doch gut an. Weihnachtsbaum, ihr habt ja bestimmt auch einen. Ja. Kauft ihr den oder holst du den aus dem Keller? Nein, wir holen ganz klassisch jedes Jahr kurz vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum, richtig von einem Weihnachtsbaumhändler oder einer Weihnachtsbaumplantage ist das hier bei uns. Das ist gar nicht so weit weg, das sind fünf Minuten mit dem Auto. Die haben halt Weihnachtsbäume und da fahren wir immer hoch und dann gibt es auch Kinderpunsch zu trinken. Und die haben immer so einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt da aufgebaut, so ein klitzeklein. Und da fahren wir immer hin. Dann gehen wir immer durch die Reihen und suchen uns irgendwie einen Baum aus, der halt irgendwie bei uns mit reinpasst. So viel Platz haben wir nämlich nicht. Also so eine riesen Nordmantanne, wie ist es nie. Aber so knapp zwei Meter kriege ich schon rein. Und ja, das mache ich meistens mit meinem Sohn und dann gibt es da noch Plätzchen und Kinderpunsch und dann packen wir den Riesenbaum irgendwie in mein kleines Auto. Dann packen wir uns selbst auch noch mit ins Auto und ist ja nur fünf Minuten, das klappt schon immer. Aber das ist so ein Ritual, was ich mit meinem Sohn mache. Das hört sich gut an. Aber auch zwei Meter ist ja auch nicht besonders klein. Ja, vielleicht auch nur 1,80. Also ein ganz bisschen größer als ich darf er schon sein. Nur 1,80. Okay. Und Weihnachten? Also wir haben ja den 24., 25. und den 26. Dezember. Wie verbringst du die drei Tage? An Heiligabend ist es eigentlich so, dass ich ein paar Tage vorher stellen wir den Baum auf. Dann wird er auch geschmückt. Aber also wirklich nur ein paar Tage vorher, nicht irgendwie vier Wochen vorher. Das mache ich nicht. Und Heiligabend ist so, dass wir mit meiner Familie feiern. Das ist schon immer so. Also meine Mutter, meine Schwester und ich mit unseren Partnern, also mit meinem Schwager und meinem Mann und meinem Sohn mittlerweile ja auch. Und da meine Eltern geschieden sind, haben wir Heiligabend immer mit meiner Mutter gefeiert. Und ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag halt mit meinem Vater und seiner Familie. Und mittlerweile feiern wir halt Heiligabend, meine Mutter, meine Schwester, mein Schwager, mein Mann und mein Sohn und ich Heiligabend mit Essen. Also drei, vier, fünf Gänge locker. Wir überlegen uns auch schon, wir fangen jetzt schon an zu überlegen, was essen wir denn Weihnachten. Und dann wird lecker gegessen, wirklich ganz in Ruhe. Wir fangen nachmittags schon an zu kochen. Und wenn wir mit Kochen fertig sind, dann ziehen wir uns um, machen uns richtig schick. Und dann wird gegessen, ganz in Ruhe. Und dann wird eine Bescherung bei meiner Mutter gemacht. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag, dann machen wir hier zu Hause nochmal Bescherung. Das ist auch so entstanden, weil ich am Anfang der Beziehung mit meinem Mann nicht irgendwie, wir wollten gern unser eigenes Ding machen. Und dann haben wir halt, wie die Engländer, am 25. dann unsere Bescherung morgens gemacht. Und weil sich das irgendwie so eingebürgert hat, machen wir auch jetzt immer englisches Frühstück dazu. Also am 25. gibt es morgens Weihnachten bei uns, wie bei den Engländern, die Geschenke morgens unterm Baum. Und dann gibt es englisches Frühstück, so richtig englisches Frühstück. Jetzt muss ich mal kurz dazwischen. Englisches Frühstück. Für die, die es nicht kennen, erklär das doch bitte mal. Also es gibt Toast. Das ist ja noch einigermaßen okay. Dann gibt es Baked Beans in roter Tomatensauce. Und es gibt Spiegeleier dazu. Oder Rührei. Oder Pouched Egg. Das mag ich gerne. Das ist halt in Essigwasser gekochtes Ei. Also so nicht Ei, sondern so aufgeschlagenes Ei. Das lässt man so ganz vorsichtig in dieses Essigwasser gleiten. Und dann ist das ja so gekocht. Ich finde das unheimlich lecker. Und dann gibt es gebratene Pilze dazu. Und für Jan Würstchen. Weil wir beide keine Würstchen essen. Also mein Mann und ich. Und was machen wir noch dazu? Tomaten. Gegrillte Tomaten. Dann schneide ich die so halb auf. Und dann werden die ganz vorsichtig in eine Pfanne gesetzt. Dass die so ein bisschen noch mitbraten. Und dann hat man die Küche pottendreckig. Weil man irgendwie fünf Pfannen am besten braucht. Und schwarzen Tee dazu. Das ist unser englisches Frühstück. Das macht ihr aber jetzt nur am ersten Weihnachtsfeiertag? Oder macht ihr es auch generell mal zwischendurch? Weil ihr sagt, oh, das schmeckt lecker. Das machen wir zwischendurch auch generell mal. Also nicht häufig. Also vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Aber immer am 25.12. Okay, das hört sich gut an. Und der 26.12., was macht ihr da so? Ja, da machen wir eigentlich nicht wirklich viel. Also Jan hat ja jetzt, mein Sohn hat ja jetzt irgendwie, der ist ja noch Kind. Und dann gibt es irgendwas zum Spielen oder irgendwas von Lego, was wir dann vielleicht noch zu Ende basteln. Wir gehen spazieren. Aber wir haben da nicht großen Ritual. Da machen wir wirklich einen ruhigen Tag. Da treffen wir auch keine anderen Verwandten noch. So groß ist meine Familie nicht. Außer wenn die Schwester meiner Mutter noch da ist mit meiner Cousine und meinem Neffen. Wenn die da sind, dann treffen wir uns. Aber es kann auch sein, dass die gar nicht kommen. Also das ist dann meistens ganz entspannt. Aber das hört sich wirklich gut an. Ja, also Weihnachten ist für mich wirklich, oder die Weihnachtszeit ist für mich wirklich eine total entspannte Zeit. Und diesen Weihnachtsstress, den die Leute alle haben, den kenne ich zum Glück überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Und wenn die Leute sagen, boah, jetzt kommen die Feiertage und das wird nur stressig mit der Familie und dir dahin und dorthin. Und ich denke mir immer, dann macht die irgendwas falsch. Weil Weihnachten ist bei uns absolut stressfrei. Auch das Kochen mit meiner Mutter. Und wir haben da wenig Termine. Wir machen uns das total stressfrei. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich die anderen höre. Das hört man ja doch recht häufig. Dass irgendwie um Weihnachten es dann Streit gibt oder Stress gibt. Oder bei uns gar nicht. Kein bisschen. Das ist so eine entspannte Zeit. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, das höre ich wirklich gerne. Dass es bei dir so schön ist. Das freut mich auch wirklich. Und das wird dieses Jahr bestimmt genauso toll wie die letzten Jahre. Bestimmt. Wir machen uns einfach keinen Stress. Es kommt ja immer drauf an, ob man sich den jetzt wirklich macht. Wir sagen, kein Stress. Und das klappt. Das ist schön. Jetzt musst du uns noch verraten, wo wir dich bei Social Media finden. Ich bin bei Instagram unter Eva Brotmann. Und bei, wie heißt denn das andere Nummer? Facebook. Facebook, genau. Facebook, da bin ich auch noch. Aber irgendwie bin ich aktuell mehr bei Instagram. Deshalb fällt mir das als erstes ein. Ja, oder eine Internetseite oder so habe ich auch nicht. Also da kriegt man mich, da kann man mich anschreiben. Wenn jemand Interesse hat, mich anzuschreiben. Ja, oder vielleicht dein leckeres Rezept für die Plätzchen. Zum Beispiel. Das hat sich ja sehr lecker angehört. Also ich habe schon mal Interesse. Und ich glaube, andere bestimmt auch. Ja, das ist halt so. Jetzt habe ich echt Hunger auf diese Plätzchen. Da muss Schokolade dran. Das ist ganz wichtig. Plätzchen mit Schokolade. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja. Eva, wir sind schon wieder am Ende. Heute war es ja sehr kurz. Beim nächsten Mal wird es wieder länger. Ich wünsche dir jetzt erstmal schöne Weihnachten. Ich bin mir sicher, die werden bei dir wie jedes Jahr entspannt. Du wirst hinterher garantiert berichten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und natürlich freue ich mich auf eine nächste Folge mit dir. Ja, das wäre schön. Aber da muss ich erst noch ein bisschen schreiben. Ich bin gerade dabei. Aber da fällt mir gerade ein, also wer diese Folge jetzt hört und die Weihnachtsfolge, wem die wirklich gefällt, der darf mir gerne mal berichten. Weil die ist so neu, die habe ich jetzt erst das zweite Mal gelesen und mein Mann vorhin das erste Mal. Also das würde mich echt interessieren, wie die Folge so oder die Geschichte generell mit meinem Engel so bei den Leuten ankommt. Das, da würde ich gerne rum bitten. Also Leute, wenn ihr die Folge gehört habt, jetzt schreibt mir einfach, wie gefällt euch sie. Genau, bitte Eva schreiben, entweder über ihren Instagram-Account oder Facebook und ich bin natürlich auch gespannt. Also mir hat sie gefallen, ich hatte Gänsehaut, ich muss es einfach nochmal erwähnen und richtig schön, richtig schön. Schön, das freut mich. Eva, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag, ja, wie gesagt, schöne Weihnachten, hoffentlich auch mal weiße Weihnachten und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Ja, das machen wir. Dankeschön. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung.